Wenn wir was zu tun haben, natürlich zunächst mal an die Zeche und an dieses wunderbare Team. Wir werden hier seit 20 Jahren behandelt wie die Köln-Videos, das ist immer sehr schön. Ich möchte mich bedanken beim Uwe, der seit über 25 Jahren unser Tontechniker ist, unser Humbolde-Seiz. Ein Zeichen dafür, dass der Preis keine Rolle spielt, Uwe. Uwe ist zwar der Teuerste, aber er ist halt der Beste. Und deshalb haben wir ihn seit über 30 Jahren. Ich möchte mich bedanken bei unserem sehr, sehr tollen Lichtmixchen da oben, unseren Holger, der saß auch seit vielen, vielen Jahren für uns gemacht. Darf ich den Holger, du bist der Größte. Und natürlich für diesen wunderschönen Monitor. Ralf, du bist immer der beste, beste Monitor-Mischer mit weißen Hachen, den ich jemals kennengelernt habe. Ich möchte mich bei allen Leuten persönlich bedanken, die mich dieses Jahr unterstützt haben. Ich möchte mich nahe, mich bei meinem Freund Thomas bedanken, der mich durch zwei Airlines geschleppt hat. Und dem ich viel zu verdanken habe. Ich möchte mich bei meiner Freunde bedanken, die ich ein Schiss in der Landschaft wäre und die ich über alles liebe. Und ich möchte mich bei euch allen Verrückten bedanken, die immer noch nach so vielen Jahren zu unseren Konzerten kommen und die uns unterstützen. Und bleibt bitte bei uns, bleibt bitte bei uns und das ist so schön. Und jetzt kommt ein Lied für euch, das ihr ganz alleine singen werdet. Okay, ihr wisst, was kommt. Alleine werden! Okay, ihr wisst, was kommt. Okay, ihr wisst, was kommt. Okay, ihr wisst, was kommt. Jetzt drehen wir uns um, mit Zahngefahr. Dann waren die Musik und die Wege. Dann waren die Tränen auf dem Weltkreis. Und du mein Freund siehst in zwei Autos. Die haben wir uns um, mit Zahngefahr. 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 Geh die Zeit noch mal zurück Geh die Zeit noch mal zurück Denn ich nur für diesen Augen weg Geh die Zeit noch mal zurück Geh die Zeit noch mal zurück Geh die Zeit noch mal zurück Denn ich nur für diesen Augen weg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klinge die Zeit noch mal zurück Klinge die Zeit noch mal zurück Klinge die Zeit noch mal zurück Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020